Landwirt Produktvorstellung Eine revolutionäre Non-Stop-Festkammer-Press-Wickel-Kombination bietet die 2015 auf den Markt gebrachte Vicon Fast Bail. Mit dem einzigartigen Non-Stop-Konzept muss die Presse beim Wickeln und Ablegen nicht mehr angehalten werden. Das Besondere an der Vicon Fast Bail ist, dass es die einzige Festkammer-Non-Stop-Press-Wickel-Kombination ist, die im Markt sich befindet. Und wir fahren halt weiter, wenn andere schon wieder stehen. Also die Maschine fährt kontinuierlich non-stop und presst dabei einen Rundball nach dem anderen. Die Fast Bail verfügt über zwei in Reihe geschaltete Presskammern. Die erste Kammer arbeitet als Vorkammer. Diese formt und verdichtet zwei Drittel des Rundballens. Wenn der eingestellte Pressdruck erreicht ist, wird der Erntegutfluss in die Hauptpresskammer umgeleitet, ohne dass der Pressvorgang unterbrochen wird. Und wenn dann quasi in der Hauptkammer der Ballen fertig gepresst ist und die Netzbindung startet, schwenkt der Futterstrom wieder um in die Vorkammer. Und dadurch muss ich eben nicht anhalten, wie bei der klassischen Kombination. Nach der Abgabe des Ballens an den Wickelrahmen wird dieser angehoben und ein Doppelsatellitenwickler startet den Wickelvorgang. Danach wird der Ballen sanft und schonend abgelegt. Bei uns ist es so, dass wir ja den Wickeltisch hinten öffnen und dadurch gleitet der Ballen langsam quasi auf den Boden nach unten und kriegt auch nicht so einen Schwung, dass er noch weiter rollt, weil er wirklich quasi von oben ein kurzes Stück auf den Boden abgelegt wird. Im Automatikmodus legt die Maschine den Ballen bei Bedarf ab. Der Landwirt hat aber auch die Möglichkeit, per Handauslösung den Ballen an einen bestimmten Platz zu transportieren. Der Ballen hat eine Breite von 1,23 Meter und einen Durchmesser von 1,25 Meter. Mit der Fast Bail kann der Landwirt eine gleichmäßige Geschwindigkeit fahren. Dadurch werden sowohl Fahrer als auch Maschinen geschont. Das kompakte Design sorgt für Wendigkeit auf dem Feld und für einfachen Transport auf der Straße. Wir arbeiten bei der Maschine mit einer Pick-up mit 2,20 Meter Aufnahmebreite. Die Besonderheit hier ist unser innenliegender Pick-up-Antrieb. Das heißt, wir können auch mit Angebaut- und Stützwedern an der Pick-up vom Straßenverkehr teilnehmen. Wir sind immer innerhalb der zulässigen Gesamtbreite. Ein weiterer wesentlicher Vorteil für den Landwirt ist die enorme Zeitersparnis. Auch bei kleinen Flächen merkt man durch das, dass man nicht mehr stehen bleiben braucht, dass man in kürzester Zeit viel mehr Ballen machen kann. Eine Standard-Press-Wickel-Kombination braucht in der Regel zwischen 20 und 25 Sekunden pro Ballen für die Übergabe und das Netzwickeln. Und diese Zeit spare ich also hier komplett ein. Die Maschine ist ISO-Bus-gesteuert. Der Landwirt findet alle Funktionen in der Fahrerkabine in Echtzeit animiert. Der�니다-Wirt. Die Maschinewassociation. Die Maschine istös für den Beton-Wisckel-Kombination. Die Maschine Piriter, bei derитесь beton bunchenいます West zipaus rom